Konrad Konrad, du sollst nicht deine Daumen lütschen. Warum nicht? Es ist kein Problem. Deine Zähne werden verrückt. Außerdem, es ist ein Problem mit wem. Mir. Hey, hey. Wirklich, Mama. Ich bin okay. Jetzt, ich muss zu dem Markt gehen. Meine Anweisungen bitte nicht vergessen. Ja klar, Mama. Ich möchte Schokolade essen. Und wenn er die Daumen lütscht, würde ich sie schneiden wie brechen. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein. Ha, ha, ha. Weird. Schneider, was machst du hier? Du lütscht die Daumen, und jetzt schneiden sie müssen hier. BOOM! 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 Jetzt du kannst dein Daumen nicht mehr lütschen. Und auch, ich habe keine Daumen! Hast du dein Lexion gelernt? Ja. Aber mein Leben ist ruiniert. Vielen Dank.